Musik Manchmal hält sie eine Zeit lang fest und dann zieht sie von ganz tief innen mit dem Zungenbein an der Zunge und manchmal geht die Zunge einfach nur so rein und raus. Das war es eigentlich schon. Möchtest du mal malen die dann auch schon so? Hörst du das? Ja, was kratzt du nicht damit? Das ist die eine noch. Musik Es hängt eigentlich nur davon ab, wie schnell das Gewebe schiebt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020